Herzlich willkommen zu meinem Reggaeton Tutorial. Wie ihr sicherlich wisst, ist das ein neuer Trend, der sich langsam auch in Deutschland so etabliert. Reggaeton ist ein Mix aus Hip-Hop, Latino-Americano-Moves und ein bisschen Shaken. Ich erkläre euch das jetzt langsam und ihr macht natürlich mit. Also, wichtig ist, dass ihr ein bisschen in die Knie geht. Die Hüfte geht nach links, nach rechts und doppelt. Und jetzt nach rechts, nach links, doppelt. Und das Ganze, wichtig, immer in den Knien. Dadurch habt ihr viel mehr Bewegung, wie wenn ihr gerade seid und die Beine gestreckt sind. Wir gehen runter, links, rechts, doppelt, rechts, links, doppelt. Die Arme dazu drehen und die Arme dazu drehen. Wichtig, atmen. Nicht die Luft anhalten, sonst seid ihr verkrampft. Wir gehen runter. Eins, zwei, drehen. I, uno, do, drehen. Von hier gehen wir runter, die Hüfte bewegt sich und dabei hoch, runter, hoch, runter. Die Füße runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Dabei hier das Becken nach vorne. Genau. Wichtig, wieder atmen. In die Knie. Eins, zwei, drehen. Uno, do, drei. I. Bam, 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 bam. Yes. Und wichtig, dass sich das hier im Kreis, ja. Von hier machen wir. Eins, zwei, drei, vier. Ihr macht tap, 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 tap. Das Ganze, dass ihr ein bisschen nach vorne geht. Hier. Arme dazu, Arme dazu. Power, power, power. Okay? Hier. Bam, bam. Ihr macht das. Bam, bam. Die Arme. Hier. I. Uno, do, tre, cuatro. Yes. Genau. Bam. Von Anfang. Hier. Uno, do, tre. I. Drehen, drehen. Bam, bam. Nochmal. Arme dazu. Bam. Hinter, hinter, bam. Von hier. runter, hoch. Yes. Und atmen. Ganz wichtig. I. Vor. 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 Um. Bam, 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 bam. Okay? Nächster Schritt. Ihr seid hier. Eins, zwei, doble. I. Uno. Do. Dobble. Ihr habt immer diesen Flow, dass ihr in den Knien bleibt. Wir sind hier. Eins, zwei, doble. I. Uno. Do. Dobble. Die Arme dazu. Bam. Dobble. I. Uno. Do. Dobble. Okay? Und immer hier. Bisschen Bouncen. Gut. Nochmal hier. Ausschütteln. Von vorne. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei. Drehen. In den Knien bleiben. Ben. Nochmal. Arme dazu. Eins, zwei, drehen. Runter, hoch. Runter, hoch. Runter, hoch. Runter, hoch. Jetzt rechts, links, rechts, links. Arme dazu. Von hier. Bam. I. Doble. I. Uno. Do. Dobble. Yes. Okay. Wichtig nochmal für Reggaeton. Ihr habt Power und macht immer hier. Ihr Bounce. Ihr habt einen gewissen Flow. Ganz wichtig. Hier. Bam. Bam. Okay? Und die Hüfte dazu bewegen. Okay? So. Wir machen weiter. Ab hier. Eins. Zwei. Dobble. I. Uno. Do. Dobble. Jetzt hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Langsam erklärt. Rechts. Links. Rechts. Links. Ganz wichtig. Knie geht nach außen. Ihr dreht euer Knie nach außen. Links. Dazu, dass das Ganze ein bisschen mehr Power hat. Arm gestreckt. Hier. Bam. Eins. Bam. Und wichtig. Entgegengesetzt. Rechtes Knie. Linker Arm. Wir wechseln. Linkes Knie. Rechter Arm. Wieder. Bisschen Bouncen. Und. Dobble. I. Dobble. I. Bam. I. Bam. Und ihr seht, das sind Power Moves. Also. Bisschen knackig tanzen. Ja? Nicht chillen. So. Nochmal. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Okay? So. Nochmal von vorne. Uno. Do. Tre. I. Drei. Eins. Zwei. Drehen. Die Arme. Dazu. Bam. Drehen. 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 Bam. Von hier. Runter. Und hoch. Runter. Und hoch. Von hier. Rechts. Links. Rechts. Links. Die Arme. dazu. Bam. Bam. Uno. Do. Dobble. I. Uno. Do. Dobble. Nach rechts. Nach links. Nach rechts. Nach links. Yes. Von hier. Drehen wir uns. Und machen von hier. Hier. Diesen Step. Hier. Diesen Step. Zurück. Zurück. Wichtig. Wichtig. Hüfte. Bam. Es gibt super Bauchmuskeln. Wenn ihr das richtig macht. Vorne hier. Dobble. I. Bam. Und wieder zurück. Da. Da. Wichtig. In die Knie. Bam. In die Knie. Bam. Und hier wieder. Bouncen. Ganz wichtig. Beim Wecklen könnt ihr es natürlich ein bisschen schneller machen. Hier üben wir das langsam. Step by Step. Eins. Zwei. Schließen. Bam. Bam. Schließen. Zurück. 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 Wichtig. Wenn ihr wollt. Die Arme geben euch immer ein bisschen Unterstützung. Und es ist wichtig, dass ihr nicht nur hier wackelt. Sondern auch die Arme benutzt. Arme und Brustmuskulatur. Wir sind hier. Bam. Bam. Schließen. Bam. Bam. Schließen. Zurück. Und. Bam. Das Ganze schneller. Eins. Zwei. Drei. Vier. I. Zurück. Bam. 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 Yes. Gut. Nochmal kurz. Ausschütteln. Und vorne. Fünf. Sechs. Sieben. A. Eins. Zwei. Drehen. Bam. Eins. Zwei. Drehen. I. Die Arme. Dazu. I. Die Arme. Dazu. Von. Von hier. Runter. Hoch. Runter. Hoch. Runter. Hoch. Yes. her. Runter. Hoch. Bam. I. Rechts. Links. Dobble. Rechts. Links. Dobble. Jetzt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Die Arme. Dazu. I. Uno, do, doble, uno, do, doble, i. Nach rechts, nicht vergessen, mit Power, Power, i. Bam, 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 bam. Und zurück, zurück, yes. Gut, dass ihr ein bisschen in diesen Reggaeton-Move reinkommt oder bleibt, versucht immer hier wieder zu bouncen, okay? Ganz wichtig. Und auch wenn ihr die Hüfte dreht, Hüfte nach hinten, hinten, drehen, i. Hüfte, Hüfte, drehen, i. Der schwierigste Schritt, was sehr lange dauert, um reinzukommen, ist das hier. Weil ihr dreht euch und müsst gleichzeitig mit der Hüfte noch wackeln. Kriegen wir aber hin, langsam. Das hier üben, ein Kreis. Ihr geht runter, hoch. Wenn das sitzt, macht ihr diese Bewegung dazu. Und ihr müsst nicht mehr nachdenken, okay? Von hier. Eins, zwei, doble. Eins, zwei, doble. Von hier. Uno, do, doble, i. Uno, do, doble. Jetzt nochmal. Hier rausdrehen. Doble, 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 doble. Von hier. Arme schließen. Bam, bam, bam. Runter, bam, da. Yes. Gut. Wir machen das Ganze ein bisschen schneller. Ich hoffe, ihr seid ready. Wir fangen an. Fünf, sechs, fünf, sechs, sieben, acht. Bam, bam. Bam, bam. Die Arme dazu. Bam, bam. Von hier. Bam, bam, bam. Hier bewegen. Da. Von hier. Bam, bam. Doble. Bam, bam. Doble, i. Uno, do. Da, da. Da, da. Und hier. Da. Und nach hinten. Nach hinten. Und fertig. So, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es waren wie gesagt Reggaeton Basics, Reggaeton Moves zum Einsteigen. Ich hoffe, ihr übt sie fleißig, dass ihr Spaß hattet. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao.